hallo ihr lieben heute mal ein ganz besonderes video für mich ganz besonders und zwar wir haben die 1000 abonnenten geknackt oder ihr vielmehr an der stelle möchte ich mir ganz ganz herzlich bei euch bedanken wow ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll also ich habe mich riesig gefreut als ich das gesehen habe und habe mir gedacht weil ihr immer so fleißig meine videos guckt und auch kommentiert habe ich mir gedacht ich mache mal was für euch und zwar habe ich mir überlegt ich mache eine verlosung werde drei lose ziehen die jeweils gewinnen ich zeige euch mal kurz was das sein wird hoffe euch gefallen die sachen also der dritte ist eine karte von mir und hier diese hintergrundstanze vom action könnt ihr einmal das gewinnen dann der zweite platz ist auch so eine hintergrundstanze vom action einmal diese novo tops in der farbe bubblegum plush und dann habe ich hier noch so ein kleines ja wie heißen die flipbook oder ja keine ahnung ich glaube flipbook habe ich noch gebastelt und ja hier sind dann auch noch mal ein zwei kleinigkeiten drin ich werde auch noch ein paar zeilen schreiben so sieht das aus im kleinen überblick das wird der zweite bekommen und dass der hauptgewinn oder so weiß ich nicht ob man sagen kann bekommt einmal dieses mini album das hatte ich euch schon mal in einem video genauer vorgestellt das papier ist von prima marketing ja also einmal dieses wenn ihr das genau sehen wollte ich kann euch das video noch mal in der infobox verlinken da blätter ich das noch mal in ruhe durch dieses dann einmal dieses embellishment mousse in aquamarine fand ich passt ganz gut dazu dann einmal metallic twin marke in schwarz und weiß auch passend zu dem büchlein dann einmal hier solche project live karten von prima marketing dieselbe kollektion von papier zellert hier hieß die ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt ich will es jetzt nicht aufreißen das dann einmal von prima marketing hier so eine schablone und noch drei blätter von diesem von dieser papier kollektion mit der ich auch das buch gemacht habe ich hatte hier den rücken nicht mit verziert wenn der der oder die gewinnerin das noch gestalten will kann sie das damit natürlich tun ja so das wären die preise die es zu gewinnen gibt und ihr müsst folgendes tun um daran teilzunehmen ein bisschen arbeit habt ihr auch ist hier sonst auch so langweilig also als erstes musst du meinen kanal abonnieren dem video einen daumen nach oben geben einen kommentar hinterlassen aus deutschland sein und das alles bis zum 14 2 erfüllen ich werde dann ich glaube das ist ein freitag den sonntag dann die auslosung machen die lose wird meine meine tochter ziehen das werde ich auch aufnehmen ja das dazu und ja ich möchte mich einfach noch mal bedanken ich weiß aber nicht so was ich da sagen soll es macht mich riesig stolz und ich freue mich dass ihr meine videos guckt natürlich dass ihr immer so liebes feedback da lasst ja dann würde ich mal sagen auf zu den nächsten tausend bis dahin tschüss ich hoffe ich habe mich crash washed danke die lef hier Vielen Dank.